Guck ins... Ups! Willst du mit durchgucken? Komm, dann machen wir einmal aus tiefer Perspektive. Siehst du? Dann wollen wir beginnen hier mit der Prüfung für 13... Wollen wir in dieser Höhe das machen, dass du das sehen kannst? Es geht hier um den Preis des Schornsteinwerks Karl-Heinz Schaller. Gehen wir aus 10 und der Ehrenpreis gegeben durch ein EH-Zelt. Und noch einen Sonder-Ehrenpreis für den zweitplatzierten durch die Firma J.J. der Boven. Es haben sich 35 Pferd-Reiterpaare... 35 Pferd-Reiterpaare hier auf die Liste eingetragen. Und den Reihen eröffnen soll hier die 517 Spectre-Klitten von Hamtibus vom Reitverein Fregnet. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.